Das wäre auch ne Gute! Hi und herzlich willkommen! Ja, ich bin Rick, ich komme aus Berlin, bin hier geboren, bin hier aufgewachsen und wahrscheinlich werde ich hier auch irgendwann sterben. Ja, ich verdiene mein Geld mit der Schauspielerei. Aktuell befinde ich mich in der Rollenvorbereitung für einen Langspielfilm. Das heißt, der hat den Namen Störung, also der Arbeitstitel und wird wahrscheinlich auch bis Ende des Jahres in die Kinos kommen. Dann haben wir noch einen anderen Film, der heißt Being a Man ist der Arbeitstitel und heißt Das starke Geschlecht. Kommt auch dieses Jahr in die Kinos. Und ja, ansonsten bin ich aktuell online in der Kampagne des Bundesumweltministeriums als Gero der Sorgenfreie. Auch ein kleines bisschen so die Funny-Variante. Und ja, dann, der ist allerdings nur Social Media, Web und Print. Nicht so hohe Reichweite, von daher auch keine Konkurrenz noch beworben und sollte also davon easy sein. Was mache ich sonst noch so? Ich habe Just for Fun nebenbei meinen Fitnesstrainer-Schein gemacht. Und ja, das übe ich halt ganz gerne aus. Dann lebe ich ab 0 tauchen auf Distanz. 36,5 Meter ist mein Rekord. 50 versuche ich noch zu knacken. Dann, ja, eine Freundin macht ganz gerne mal Ballett und dann mache ich die Übungen ganz gerne mal ab und zu mal mit. Und somit kann ich schon auf einen Bose-Ball, also ein Bose-Ball ist ein halber Ball mit einer Platte drauf, mit geschlossenen Augen balancieren. Klappt mal gut, mal nicht so gut, aber letzte Zeit konnte ich nicht sonderlich viel trainieren damit. Ja, dann noch ein Stunt-Workshop gemacht. Und ja, tanzen tut man ab und an mal. Und ja, was geht was anderes? Ich fange aber schon mal an. Es dauert sonst einfach zu lange. Achso, Profil Nummer 1. Einmal halb. Dann noch einmal halb. Und noch einmal ganz. Und die Hände. Nummer 1. Nummer 2. Und ja, dann würde ich sagen, dann springen wir mal in die Videos. Ich habe dann unten auch noch ein Knöpfchen und dann bis dann. Bye.